Mein Name ist Laura Kannig. Ich werde bald meine erste Pfarrstelle antreten im Pfarrbereich Eisleben mit Beauftragung für die Kinder- und Jugendarbeit im Kirchenkreis Eisleben-Sämmer-Da. Und mir ist in meiner Arbeit wichtig geworden, dass sich so vieles verändert in unserer Gesellschaft und in der Kirche und dass wir auf der Suche danach sind, wie es für uns individuell, wie es für uns als Gemeinden eigentlich weitergeht, was uns was sagt und was uns neu wieder bei Gott ankommen lässt.